Hi, schön, dass du es auf meine Seite geschafft hast. Mein Name ist Benjamin Hess und ich bin stolzer, glücklicher, zertifizierter Vitamin-D-Berachter. Und dass ich so glücklich bin, das war nicht immer so. Denn ich litt mein ganzes Leben lang unter starken Depressionen, Zwangsgedanken und Panikattacken. Und Vitamin D3 hat mir geholfen, es komplett zu entfernen. Vitamin D3 hat mein Leben komplett verändert. Und ich habe erfahren, laut einer Studie liegt der deutsche durchschnittliche Vitamin D3-Wert bei 16 Nanogramm pro Milliliter. Und das erhöht die Sterberate um 25%. Und wenn du jetzt auch wissen möchtest, wie du von den ganzheitlichen, gesundheitlichen Effekten profitieren kannst, dann nöge ich unterhalb des Videos auf den Button und buche dein Gespräch mit mir. Und ich lehre dich Schritt für Schritt, wie auch du es schaffst, einen gesunden karibischen Spiegel zu erreichen. Denn ich bringe die Karibik in dein Zuhause. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Es grüßt recht herzlich Benjamin Hess.